Los jetzt! Oh mein Gott! Das ist doch eine Runde! Bro, das Spiel kotzt mich einfach an! Wenn ich noch einmal stark bin, mache ich wirklich was kaputt! Oh! Ich habe letztens wohl schon zwei Controller kaputt gemacht! Ich auch! Leon, was hast du kaputt gemacht? Bisher zum Glück, du und dich! Ich habe mir auch mein ganzes Geld für mein Setup ausgegeben! Glaub mir, passiert dir auch noch! Wirklich! Da kommt ein neues Team! Was? Willst du nicht bei dir? Nein, nein, nicht ersporn! Oh mein Gott! Ich muss echt was kaputt machen! Was hältst du? Wobei... Das war schon echt teuer! Der Controller! Wobei... Ich habe nur den! Vielleicht doch was anderes! Der Monitor! Boah, der war ja noch teurer! Vielleicht einmal gegen die Wand schlagen! Wobei, meine Mutter wird dann ausrasten! Der PC! Wobei... Eigentlich bin ich gar nicht mehr so sauer!